morgen liebe freunde der sterne heute bin ich wieder da mit einem neuen video und zwar wollte ich jetzt wieder meinen abgrund gehen es wird jetzt der letzte abgrund sein so wie er jetzt ist weil die in der kommenden woche kommt nämlich ein neuer da bin ich mal gespannt wie jetzt die ganze zusammensetzung dann aussieht kann sein dass sich eben neun und zehn nicht verändern mit den ganzen monster drinnen sondern nur elf und zwölf also da bin man mal gespannt wie die aussehen ich hoffe mal dass es endlich mal die wölfe reinkommen weil da war ich hätte schon ganzen wochen jetzt darauf dass die endlich mal einkommen sind nicht einmal nur ihr effekt war mal drin mit korrosion da habe ich jetzt wie sagt jetzt mal gespannt nächste woche oder kommende woche wissen so aussieht ich glaube das müsste mittwoch sein glaube ich wieder zurückgesetzt wird haben wir ein neuer wird dann gespannt wie dann aussieht ja und das wurde ich mein jetzt in der jetzigen reingeht mal gucken wie das jetzt läuft beim letzten 35 35 35 von 36 bekommen ja und jetzt wollte ich mal schauen wie es jetzt aussieht beim ersten lauf kann sein dass es schlechter wird kann auch so noch besser wird weiß ich nicht welcher gleich sehen oder will ich dann auch sehen ja und dass man eine rege kurzerin setzt sich jetzt mal ein headset auf mich auch ein bisschen musik habe also spielmusik sonst wird ein bisschen langweilig nur nichts zu hören ja und dann gehe ich rüber und dann fängt das ganze sie nämlich an ja also dann gleich bis gleich sehen wir sie nicht wieder so hier bin ich wieder headset aufgezogen jetzt kann es das gleich auch los gehen mal schauen ob ich das gleiche team wie letztes mal benutze hat eigentlich ziemlich gut funktioniert war auch selbst überrascht aber schauen vielleicht nämlich noch mal einen anderen versuch weil ich habe da jetzt ein bilder auch mal hoch gezogen endlich eigentlich wollte ich nicht spielen aber habe ich zum schloss ist doch erst mal versuchen zu spielen habe jetzt nur auf 70 hatte keine materialien mehr ja und das war mal reingehen und ich glaube ich glaube das war so dass die boten glaube ich drei waren hier blitz also da war es also müsste ich theoretisch feuer wieder nach oben und eis nach unten machen starten so feuer nach oben ich wollte nicht so viel nämlich tauschen so die zwei gehen da rein so dann gehen jetzt diese zwei hier wieder rein ich glaube das team lasse ich so bei denen hier an dem moment genau ich mache das jetzt so genau so mache ich das hier ich glaube ich probiere das mal so und wo ist er denn da so und dann komme hier nämlich jetzt kasu hat der ist es nicht perfekt er hat zwar schon das neue geostet an aber wie doch der ist nicht so perfekt mal gucken ob ich so spielen kann überhaupt weil das ist es jetzt zum ersten mal dass ich diese kombi vom mache ja und jetzt wollen wir es mal starten mal schauen wie es aussieht mal schauen wie es aussieht muss der rest deswegen hasse ich das denke auch hier muss erst mal zehn jahren noch mehr wasser bei es ist immer nie so gut falsche taste zuerst geklickt leute das war ja mal richtig fail wasser das war war ja mal war ja wasser ja das lecker damit habe ich es nicht gerechnet dass es schon vorbei ist und wir wieder draußen ich liebe das dann sehr wenn wir das rausgehen hier fortsetzen da geht's macht immer das angriff ja 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 10 da kann es das mit den boten so ein bisschen lecken würde ich immer schon mit dem ton oder so das wäre viel einfacher los geht's jetzt mit einem lecker fußiger schaden versuchten hier ist natürlich eben die falsche taste zuerst ich muss sagen dass ich meine cliente an die tasse zu klicken ich finde dass du gehalten wirst dauert zu neu lange dauert ich mag die ebene 10 noch nicht alles zu verstreut nein ist er abgehauen aber hier muss ich erst die kleinen machen wird die nicht richtig schnell daumenkrieg weiter raum Äh... Anni mal Cut hier, noch immer gut. Sieh nix, das ist echt was. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 noch keine volle ding ins gesicht jetzt kommen die boten jetzt kommt das hier jetzt kommt das hier jetzt kommt das hier Das war's für heute. Das war's für mich. Das war's für mich. Zockseh-O-Tach-Kirre! Man物-O-Horom-Ten! Ich bin die Untertitel! Ich habe das gesehen. Schrauben! Schrauben! Zockseh-O-Tach-Kirre! ok jetzt kommen die würfel dann bräuchte es auf jeden fall im ersten team und dann das somit also da muss ich bis zu gucken ist im ersten team das funktionieren ich glaube ich habe das damals doch umgedreht genau ich habe glaube ich ich habe das jetzt glaube ich umgedreht dass ich das so gemacht habe dass ich hier jetzt auf jeden fall drin hatte feuer ich habe das umgedreht sollte hier was wird dann anders dass man so wird alle konzentrationen ich habe gedacht ob ich das schaffe überhaupt in den sieben minuten ok 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für heute. Das war's für mich. Das war's für mich. Das wird lustig, Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter. Ja, das wird mit dem Team wird das definitiv nicht. Jetzt kann man neu starten. Also. Das ist jetzt ein bisschen... Was sind denn hier? Alter, wie lange macht der Kack-Ding das denn noch, ey? Ganz ehrlich, ey. Ich glaube, ich glaube, es gibt noch eine Fähigkeit, wo ich heilen kann, ey. Ja. Das war's für mich. Das war so klar, das war so klar, ey. Das war aber so klar, dass der sich noch heilen muss, ey. Ey, jetzt kommt das Tweakings, ich glaube, hier krieg ich mal eine 6, muss das leider nehmen, nehme ich leider nicht. Das war's für mich. Das war's für mich. ja da bei der waffel dauer zu neuer das dauert zu lange in der dritte jetzt mit dem jetzt geht der schild kaputt da Das war's für mich. Das war's für heute. es war kacke ich bei dem schießen ich glaube ich meine schießen fast verkackt okay Das war's für heute. ja ich wollte nicht falsch findet erst mal nur 35 stand jetzt leider nicht weil ich bin geschafft das nur mit einer kasse nämlich und in den so viel schnell weg weg zu bürsten das kannst du das gewohnte team neben die vorher das bräuchte ihn wieder deshalb in der ersten hälfte da bin ich mal gespannt das jetzt funktioniert weil jetzt macht sich und ich glaube dass ich tendiere jetzt dazu das ist jetzt 34 ich habe den effekt in dem so neugier ich habe es funktioniert Geht! Das ist jetzt hier! Ganzau! Geht! Verstehen Sie das? Geht! Geht! Das ist egal, Start! Yes! 10.1 10.1 10.3 10.3 10.4 10.3 10.4 11.3 10.4 11.3 10.9 12.3 15.5 17.13 Das war's für mich. Das war's für heute. ich bin immer noch bei 34 alle effekte im tag und ab und jetzt kommt er ich bin immer mit es ist es ist wir sind Das war's für mich. Das war's für heute. Das war's für heute. Er hat nichts mehr hier. Jetzt kommt der letzte Raum, bin ich mal gespannt, ich bleib mal nur bei 34. Jetzt kommt der letzte Raum. 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 Jetzt kommt der letzte Raum.